Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu State of Decay Lifeline! Ja, also wir sind jetzt nur noch zu dritt. Das habt ihr ja gesehen in der letzten Folge. Also es läuft überhaupt nicht mehr. Und ich frage mich so langsam echt, wohin das noch führt. Denn lang halte ich so nicht mehr durch. Na, jetzt hier nochmal ein bisschen aufstocken und dann überlegen, was ich tun soll. Denn im Moment habe ich wieder keine einzige Mission auf. Und dass Sasquatch stirbt, war natürlich auch nicht vorgesehen. Das heißt, diese komischen Jagdmissionen, die er da immer hatte, die sind natürlich jetzt auch hinfällig. Gibt es nicht mehr. Und ich hoffe, solange die Hawks in ihrer Bude hockt, der hat Fieber, ernsthaft? Was bist du denn für einer? Dass er endlich mal wieder irgendwie Generator einschalten. Ah ja. Ich kann es ja mal probieren. Was das bringt, weiß ich allerdings nicht. Und jetzt? Scheint ja sehr wichtig zu sein, diesen Generator einzuschalten. So, Munitionsabwurf. Was brauchen wir noch? Machen wir Waffen? Vielleicht? Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier ein bisschen mehr auf Explosionen gehen kann. Und zwar packen wir uns einen Granatwerfer ein, wenn wir noch einen haben. Nein, natürlich nicht. Oh. Oh. Wenn es nichts mit dem Ausbruch zu tun hat, das Office hat einige der frühesten Samples der Krankheit enthalten. Das Office ist im Lockdown, also gibt es eine gute Chance von Survivoren. Wenn Hall ist, holt ihn aus. Wenn er tot ist, dann sende uns was, was du findest. Wilco, Sir. Black Friday aus. Okay. Na gut. Du kommst jetzt mit. Ist mir egal, ob du verletzt bist oder nicht. So, jetzt müssen wir die andere nur wieder finden. Wenn ich wüsste, wo die sich rumtreibt, das ist immer so scheiße, die hier zu finden. Dann verschwinden die alle wieder. Jamie. Ready to move. Alles klar. Ah, der hat den Granatwerfer. Okay. Naja, vielleicht könnten wir ja ein bisschen aufräumen. Also, wir haben wieder eine Mission. So einen Gerichtsmediziner sollen wir evakuieren. Ein bisschen creepy das Ganze. Beziehungsweise, was heißt evakuieren. Wir sollen erstmal schauen, ob er überhaupt noch lebt. Die hauen wir weg. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Vorräte an Granatwerfer-Munition. Jawoll. Ach, mehr dürfen wir gar nicht mitnehmen. Befugnis. Befugnis, ey. Was interessiert mich Befugnis? Ne, halt, wir nehmen den nicht. Den wollen wir ja reparieren lassen. Theoretisch. So, wie sieht es denn aus? Ausbau geht nicht, weil zu wenig Baumaterial. Hätte ich mir lieber mal das liefern lassen. Egal, wir fahren jetzt los. What the fuck? Was war das denn? Ach du Kacke. Bin ich jetzt in eine von meinen Verteidigungsanlagen reingefahren? Es ist ein Wunder, dass sie überlebt haben, ey. Wow. Also ihr habt es gesehen, ich war gerade ein bisschen sprachlos. Oder habt es gehört, dass ihr nichts gehört habt. Es läuft nichts, aber auch gar nichts. Gut, ich hole mir wieder medizinische Vorräte. Das bringt ja sonst nichts. Der Typ, ich weiß nicht, ob der noch lange durchhält. Der ist total überlagert, okay. Können wir gar nicht mehr mehr einpacken, wie es aussieht. Scheiße. Ne, wir gehen glaube ich vor. Ich habe mir da ja mal einen liefern lassen, einen Wagen. Ja, da bin ich wohl voll in meine Mine reingelaufen. Oder reingefahren, besser gesagt. Schöne Scheiße. Ja. Wir fassen mal zusammen. Die Kommandantin ist in der Basis. Okay, da sind diese blöden Kanister. Da muss ich aufpassen. Äh, ich habe noch eine gesunde Soldatin. Und ich spiele gerade einen, der verletzt ist, der Fieber hat. Mit dem ich erfolgreich gerade eine Explosion überlebt habe. Wahrscheinlich gerade so. Und auch sonst sieht es nicht besonders gut aus. Timothy Hall retten. Geh da weg jetzt. Los. Weg, weg, weg. So, vielleicht doch mal kurz ein neues Fahrzeug holen. Und dann retten wir mal diesen Timothy Hall. Äh, ich fahre echt überall drauf. Das ist so abartig. Aber das spielte sich richtig, richtig hässlich. Beim Original irgendwie, keine Ahnung. Das scheint mehr gelungen zu sein. Man könnte fast meinen, die haben den Code komplett umgeschrieben. Also, das Verhalten von den NPCs und überhaupt, das ist total befremdlich teilweise. Ein anderes Wort fällt mir jetzt spontan nicht dafür ein. So. Lustig, dass er es überlebt hat. Bleibst du wohl stehen? Hm. Der Armee? Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, ich war der einzige, der vivo ist. Dr. Hall, wir sind eigentlich hier, um etwas von dir zu bekommen. Ist das über die Körper, die sie in die Woche kamen? Ich bin richtig, nicht wahr? Sie haben alle die gleiche typologie. Auch wenn sie aus verschiedenen Fähigkeiten kamen. Hast du noch mehr Samples? Ja. Um, um hier, irgendwo. Entschuldigung, es ist ein Loch. Ich versuche, was ich kann. Na, dann such mal deine Leichenteile zusammen. Derweil produzieren wir neue. Wenn's denn klappt. So. Muss natürlich aufpassen mit dem Granatwerfer. Dass ich nicht noch mehr Schaden anrichte. An mir selbst. Deswegen werden wir uns erstmal auf den Nahkampf beschränken. Weil bei einzelnen lohnt sich solche Granaten halt gar nicht. Crap. Alle meine Noten waren auf meiner Netzwerke. Aber mit der Kraft aus. Jetzt sind sie nur in meinem Kopf. Ah, ich glaube, wir müssen uns dann einfach wieder zurückkommen, hm? Na, wenn's sonst nix ist. So, Medikamentenlabor ist fertig. Oh, da kommen welche angerannt. Wir sprengen, genau. Und der hat's überlebt. Geil. Naja. Was machen die Zombies so? Überleben mal eben eine Explosion. Tolle Sache. Okay. Das ist alles. Alles andere ist entweder missing, oder mit Dr. Horn. Dann ist es missing. Dr. Horn ist tot. Was? Warte, natürlich ist er. Wer ist tot jetzt? Es ist wie jeder Körper, die wir in den letzten Wochen hatten, diese... Infection, die... nicht eine Infection. Du hast nicht den CDC-Diensten. Niemand war mit einer Krankheit. Es waren die Verzüge, homicid, schmerz. Tja, hätte sie mal lieber. Und ich hab die Ausfahrt verpasst. Wieder einmal. So, Zombie wurde getötet. Das ist gut. Allerdings raucht die Karre schon wieder ordentlich. Ähm, und ich hoffe langsam echt, dass das mal das letzte war. Weil lang halten wir echt nicht mehr durch. Wenn ich jetzt bei jeder Belagerung nochmal einen verliere, dann gute Nacht. Das ist deine Basis. Es ist ein Command-Outpost. Wir nennen es Black Friday. Du weißt, weil alle Leute in die Leute versuchen, zu rein zu kommen. Ja, so kann man es auch sehen. Die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, warum das Ding überhaupt Black Friday heißt. Wer es nicht weiß, der Black Friday ist sowas wie ein... Ausverkauf. Üblicherweise an einem Freitag. Deswegen heißt er auch Black Friday. Und ja, da stürmen sie dann alle rein. Das ist halt in den USA ziemlich populär. Da werden die Läden dann überflutet. Ich brauche ein Fahrzeug hier. ASAP. Ich brauche ein Fahrzeug hier. ASAP. Immerhin mal ein neues Fahrzeug. Das habe ich mir jetzt gerade liefern lassen. Wunderbar. Wie sieht es hier aus? Waffenabwurf. Noch zwei Minuten. Okay. Das ist schon ganz schön aufreibend, das Ganze hier. Ich denke mal, wenn man den Start verkorkst, dann hat man das ganze Spiel über schwer. Und das habe ich nun mal geschafft. Ich mache das Beste draus, glaube ich. Oh, eine öffentliche Toilette. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie schön. Was? Nichts Pause. Jetzt geht es erst richtig los. Oh, wo ist denn der? An der Seite. Hier. Oder die. Oder das. Hallo. Da geht es rein. Geh weg. Nein. Lass mich dir helfen. Ganz groß. Ganz groß. Das ist doch eine Scheiße. Hach. Hach. Wieder eine verloren, ey. Das gibt es doch gar nicht. Wieso sterben denn die immer alle so schnell? Naja, immerhin haben wir ihre Vorräte wieder. Zeit zu gehen. Ernsthaft ein Frog Splash vom Auto runter? Eddie Guerrero wäre stolz drauf, aber äh. Sicher nicht, wenn es von einem Zombie kommt. Der Zombie Splash. Splash. Aha. Ich muss den Typen loswerden. Jawoll. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist eine sehr unfreundliche Nachbarschaft. Wahnsinn, wie kann man das denn so versauen von Anfang an? Na ja, bei der nächsten Belagerung, da wird sich wahrscheinlich einiges zeigen dann. Könnte es dann schon sehr eng werden unter Umständen. Ich habe halt nichts mehr. Mit was soll ich mich verteidigen? Kann echt nur noch hier bunkern und tunneln und mich hier zurückziehen. Weil alles, was ich anfasse, geht kaputt. Selbst das Auto, in dem ich sitze. Tja. Rucksack eines gefallenen Verbündeten. Naja. Wirklich ein Verbündeter war es ja nicht. Der ist gestorben, bevor er es werden konnte. Gut, wir checken halt jetzt nochmal den Vorratsschrank. Ich weiß, dass ich da gerade dran war, aber äh. Ja, ich habe gerade nicht dran gedacht. Nächste wird wohl wieder Munitions... Wir haben einige Truppen, die unsere Hilfe brauchen. Da oben! Gestrandeter Soldat, meine letzte Hoffnung. So, hier machen wir wieder einen Abwurf. Wir haben aber keine Punkte. Gratuliere, dann machen wir keinen. Und der kann keine Medizin? Doch, jetzt kann er wieder. Ich habe keine Möglichkeit dafür. Nein. Diese Granatwerfer-Munition ist einfach zu schwer. So. Schnell, schnell, schnell. Gott, da geht sowas von aufm Zahnfleisch. Was ich mich halt frage, die letzten Male, wo es hieß, wir haben Überlebende gefunden, sind die nie auf der Karte aufgetaucht. Und ich verstehe nicht warum. Wahrscheinlich auch wieder ein weiterer Bug, sonst wäre das auch ganz anders hier. Ich will es nicht nur auf die Bugs schieben, die in dem Spiel sind, aber es macht schon einiges aus. Wenn ich Glück habe, sind es vielleicht sogar zwei. Und wenn es ganz gut läuft, dann kriege ich es vielleicht sogar mal hin, die zu retten. Irgendwann muss es doch mal wieder klappen. Die Frage ist nur, ist jetzt der Zeitpunkt oder geht es wieder in die Hose, wie die letzten hunderttausend Mal? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Logischerweise, weil ich noch nicht da bin. So, da ist auch ein trauriges Kapitel. Hm, wie komme ich jetzt da hin? Hätte ich schon die Ausfahrt hier nehmen sollen? Gibt es da überhaupt eine? Auf der Seite. Da bin ich jetzt blöd. Lass mich da runter. Oder kommt man so auch da rum? Irgendwie... Ne, hat ja alles keinen Wert. Und hier runterschanzen will ich jetzt auch nicht. Es geht ja doch wieder schief. Und dann ist das Auto auch futsch. Ne, dann muss ich mal da runterfahren. Das sieht doch gut aus. Ist sogar zugänglich. Oh, oh, oh. Koloss. Böse, böse, böse. Bleib weg, bleib weg. Scheiße. Zu spät gecheckt, was das für einer ist. Da ist ein Soldat. Los, los, komm mit, komm mit, wir holen dich. Oh, und ich hatte so eine gute Zeit hier. Ja, ja, ich weiß. Da draußen war es bestimmt sehr bequem, aber wir gehen jetzt. Sofern das Ding ausgestunken hat, hat es. Sehr schön. Wir haben zwei blinde Passagiere an Bord. Gut, die sind weg. So, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Logischerweise den Weg, den ich auch runtergenommen habe. Ah, hier rum. Alles klar. Nein, ich werde jetzt nichts riskieren. Nein, ich werde jetzt keine Rucksäcke aufheben. Wir fahren einfach nur zurück. Nichts weiter. Hat mal gesehen, wohin mich das geführt hat. Oh, Alter. Es ist jedes Mal schief gegangen. Immer war irgendwas, wo ich hängen geblieben bin oder wo das Auto gekippt ist und lauter so Mist. Ich habe so viele gute Leute verloren. Ich habe sogar aufgehört zu zählen. Einfach nur zurück. Nichts weiter. Mehr wollen wir gar nicht. Gut, noch ein paar Mal hängen bleiben. Das wollte ich natürlich auch noch machen. Das war geplant. Wie alles, was ich hier mache. Ich wollte das Let's Play ein bisschen spannender gestalten. Deswegen opfere ich meine Leute und bringe mich immer wieder in Situationen, die das Ganze unnötig schwer machen. Alles kalkuliert und durchdacht. Ahem. Ja, ja, wirklich, wirklich. Das ist nicht nur, weil ich total scheiße spiele oder so. Alles klar, das ist nicht der Hilton. Sechere Ihren Trash- und Sea-Ops für Ihre Arbeitsplätze. Wer ist Harriet? Ich kenne nur Hyriet. Das war wieder was anderes. Wir haben im Dienstplan einen neuen Namen zugefügt. Endlich, endlich mal ein neuer. So, wenn der jetzt noch Doktor wäre. Ne. Ein Restaurant führter. Naja, es ist ja fast das gleiche. So, wie sieht's aus? Erstmal nichts mehr zu tun. Gut. Das war's dann auch erstmal wieder für heute. Immerhin ein kleines Erfolgserlebnis. Vielleicht geht's ja doch noch bergauf. Wir sehen uns. Bis dann. Tschau Leute.